Ja, also zuerst gratuliere ich Julian und seiner Mannschaft zum hochverdienten Sieg und wünsche euch dann auch gerade gleich viel Glück fürs Rückspiel gegen PSG. Werde ich euch sicherlich die Daumen drücken. Ja, Analyse ist heute einfach. Wir hatten einfach keine Chance. Bayern war um zwei, drei Klassen besser heute wie wir. Ich glaube, bis zum 1 zu 0 ging es noch, obwohl wir da schon auch dieses nötige Spielglück brauchten. Was mich dann ein bisschen genervt hat, war das Gegentor Nummer zwei und drei vor der Pause. Das war aus meiner Sicht nicht zwingend unnötig. Haben wir es ihnen zu einfach gemacht. Ja, ich glaube dann schon, dass Bayern in der zweiten Hälfte einen Gang runtergeschaltet hat. Somit konnten wir zumindest die zweite Hälfte ausgeglichen gestalten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.